Ja, da sind wir wieder zur abschließenden Folge des ersten Herausforderungspacks bei Lara Croft in the Temple of, nee, Quatsch, Guardian of Light, Entschuldigung, ich greife schon irgendwie vorweg, ich bin irgendwie komplett, na egal. Bist du bereit, Alex? Ich stelle die Frage erneut. Nein, 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 nein. Das wollte ich hören, so ähnlich mit ja, aber egal. Ich sehe dieses Bild und ich weiß, es wird nur ein Chaos mit meinen, oh Gott, nein, 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 nein. Weißt du was, ich stelle jetzt einfach. Nein, nein, nein. Weißt du, ich bin ja der Tote, äh, Totec irgendwie, ich bin Indianer, der kennt keinen Schmerz. Ja, und ich bin der Tod. Oh nein. Oh nö, ach komm nö, ach, ich, oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Oh Gott, nein, 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 nein. Nein, ich bin weg. Okay, dass man den Hüttemberg hat mich überrascht. Ich möchte nur nochmal wiederholen. Nein, 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 nein. Ach, fuck off, ey. Versuch mich irgendwie rechts durchzumogeln. Oh Gott, oh Gott, ich bin schon wieder... Was mache ich denn? Ich bin da unten noch weiter? Ach du Scheiße. Hättest du es reines auswendig lernen. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfordert, wo ich überhaupt anfange zu hüpfen. Hüpfen, ich roll einfach. Da, wo ich... Ja, ja, aber da... Ach, komm, abbrechen. Nee, kannst du vergessen. Was? Ja, genau, das mit dem Rollen. Ja, genau. Funktioniert nämlich nur da, bis dahin, bis irgendwann mal so eine Plattform Ja, aber ich bin ja schon ganze Weile da vorne, äh, ganze Ecke vorne gewesen. Die Maja lacht uns aus. Äh, wer nicht? Wer nicht? Ach, komm, das nächste erst nach links. Verdammt. Jetzt nach links, nach links. Ja. Ui! Ich hab gesagt, nach links, nach links, nach links. Ja, keine Ahnung, ich war da noch nix. Ich hab das nicht auswendig gelernt. Ja, viel weiter als da, weiß ich es auch nicht mehr. Okay. Oh, diese, diese... An... Intro-Dings-Scheiße, da geht mir ein bisschen am Sack hier. Volli, das macht mir keine Angst mehr, das ekelt mich an. Ja, äh! Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott, nö. Achtung. Oh, fick dich doch. Spiel, fick dich. Boah, hä, wie war's? Was? Du bist dahin so gut. Ja, ich war, ich war. Das Problem war am Anfang nur, du bist mir ein bisschen aus dem Bild gerannt und hast mir schon alle Pfeifen weggerannt. Ja, aber ich, du musst, du musst schnell sein. Nee, die Finger stürzen ein. Du musst einfach nur schnell sein. Oh, okay. What? Wie soll ich denn das machen? Wahrscheinlich einmal kurz warten und seitlich rennen, bis das Ding weg ist. Bis die Presse da hinten weg ist. Nehme ich an. Aber das ist doch, also das ist jetzt im Mund-Hit-Player aber schon ein bisschen Arsch. Ich habe mal ein Loch und ich habe es genutzt. Und du nutzt das Zweite. Eingelocht. Ja. Call in the house. Jetzt weiß man aber, wie man sich, wie sich ein Golfball fühlt. Ja. Scheiße. Ah, shit. Eins hat es verpasst. Ups, okay, hüpfen ist nur sehr blöd, ich denke. Der hat mich aber jetzt noch am Schnürsenkel erwischt, oder? Ja. Ich habe schon mal erwähnt, dass es bescheuert ist, dass da jedes Mal die Ladebildschirme sind. Oh, shit, Einsatz verpasst. Schon wieder. Oh. Ich bin gelockt. Oh Gott. Nein. Ach, shit. Da musst du erst mal warten. Ja. Ja. Mach das erst mal bei dem Stress hier. Oh, schon wieder zu spät. Ach, das war's. Oh, shit. Wie soll ich... Oh, come on. Ich weiß, ich habe gesagt, da muss man warten, links, rechts laufen, dann hüpfen und dann rollen und dann springen. Irgendwie sowas. Da muss man erst mal warten. Ja. Mach das doch einfach mal. Ach, verfluchte Kacke. Ah. Jetzt habe ich gewartet. Das war aber die falsche Stelle. Ja, aber das muss ich da jetzt kurz warten, weil der Bus nicht kommen ist. Da kann es eigentlich volls mit durchrollen. Nee. Doch. Ich nicht. Ich beweise es jetzt. Na, guck. Warten, warten, warten. Hüpf. Wow. Oh, shit. Ich glaube, da hast du nichts checkt von dabei. Oh. Du Scheiße. Schön, dass ich mir jetzt da nicht beweise sitze. Es hat geklappt. Verdammt nochmal, bin ich gut. Es ist nur noch so viel. Oh. Oh. Ich habe es. Wie hatte ich denn das jetzt überlebt? Ich war da mittendrin. Du hast es gar nicht überlebt. Nein. Davor. Das eine davor war ich schon mittendrin und bin dann nochmal weitergerollt. Das ist aber wirklich so ein Aus-Hund-Ik-Lan-Scheiß. Ja. Oh Gott. Zu weit gerollt. Ah, schon wieder. Oh, große Kugel. Wow. Jetzt kommt die auch noch mehr näher, oder was? Links. Hüpf. Ah, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe versucht zu hüpfen. Ich spüre. Oh Gott. Ich hätte ja auch wieder was drücken können. Vielleicht mal mitmachen können. Oh nein. Oh nein. Ja, pff. Ach komm. Du warst begeistert von meinem Skill. Ja. Ich bin echt begeistert, weil das Level rockst du gerade hier. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hast du es aber spannend gemacht, ey. Das war es. Ich bin, ich, ich mache nicht mehr. Ich bin durch. Ich, ich auch nicht. Das war ein, ein erquickender Quickie. War es das? Ja. Wie du sagst, dass es das war? Ja, ich drücke mal auf weiter, aber ich glaube, ja, das war es. Wir sind mit dem ersten Paket durch. Ich bin gespannt, wie wir das zusammenschneiden. Fünf Minuten. Tschau. Das wird ein Quickie. Na gut, dann, ähm, würde ich sagen, ähm, schauen wir uns beim nächsten Mal vielleicht Paket Nummer zwei an. Es gibt noch eins? Es gibt drei. Ach, du heilige Scheiße. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020